In diesem Video geht es um die sogenannten trionometrischen Funktionen, ihre Definition und die grundlegenden Eigenschaften davon. Die erste Möglichkeit, die trionometrischen Funktionen zu definieren, die kennen Sie vielleicht noch aus Ihrer Schulzeit. Die Definitionen arbeiten typischerweise mit einem rechtwinkligen Dreieck, so wie hier dargestellt, wenn man rechtwinklig ist, Dreieck. Hier ist der rechte Winkel, die Seite, die dem rechten Winkel gegenüber liegt, heißt Hypotenuse und die beiden anderen Seiten heißen Katheten. Wenn wir jetzt einen Winkel in diesem Dreieck betrachten, gibt es eine Kathete, die an diesem Winkel anliegt, die bekommt den Namen Ankathete und die andere Kathete, die liegt dem Winkel gegenüber, die heißt dann Gegenkathete. In diesem Dreieck gilt natürlich der Satz des Pythagoras, das heißt, das Quadrat der Hypotenuse ist gleich der Summe der beiden Kathetenquadrate. Das ist das, was hier steht. Also c², wenn das c ist, ist gleich a² plus b², wenn wir die beiden Katheten jeweils a und b nennen. Damit kann man dann den Sinus mit diesen Begriffen definieren. Die Definition des Sinus-Alpha ist dann das Verhältnis von Gegenkathete zur Hypotenuse, also der Bruch gegenkathete zur Hypotenuse. Das ist der Sinus des Winkels. Der Q-Sinus des Winkels ist das Verhältnis von Ankathete zur Hypotenuse. Also da haben wir die Ankathete geteilt durch die Hypotenuse, jeweils die Länge. Und die Definition des Tangens ist Gegenkathete durch Ankathete. Beziehungsweise, ganz analog dazu, Sinus-Alpha durch Cosinus-Alpha. Diese Definition kann man dann zum Beispiel schon mal gut nutzen, um in den rechtgewegten, kligenen Dreiecken die Länge von bestimmten Seiten zu bestimmen, sofern der Winkel gegeben ist. Häufig haben Sie den Winkel vermutlich in Grad verwendet, also typischerweise von 0 bis 360 Grad für den vollen Kreis oder von 0 bis 180 Grad für die Winkel im Dreieck oder so etwas. Unser Ziel wird es aber jetzt sein, die trigonometrischen Funktionen zu erweitern auf die gesamten reellen Zahlen. Das heißt, wir wollen daraus eine Abbildung von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen machen. Und dazu brauchen wir den Winkel in einem anderen Format. Und das Format, was wir da benutzen wollen, typischerweise, ist das sogenannte Bogenmaß. Dabei ist die Idee, dass wir so einen Einheitskreis haben, der ist hier dargestellt. Bei dem Einheitskreis, der ist deswegen Einheitskreis, weil der Radius 1 ist. Das heißt, der Radius hier überall ist 1. Dann ist der Umfang des Kreises 2 mal Pi. Und wir können dann einen Winkel, so einen Winkel Alpha hier, eindeutig dadurch festlegen, dass wir sagen, wie lang der entsprechende Bogen ist. Also wir nehmen diese Bogenlänge und haben damit dann automatisch den entsprechenden Winkel bestimmt. Wäre der Bogen länger, also einmal rum zum Beispiel, dann wären es 180 Grad und so weiter. Dabei ist die Idee, wenn man einmal rum geht, hat man 360 Grad geschafft und damit den kompletten Bogen. Der komplette Bogen ist 2 Pi. Das heißt, das Verhältnis ist 360 Grad, entsprechend exakt 2 Pi, Bogenlänge. Das Ganze kann man dann entsprechend nutzen, um umzurechnen von einem Winkel Alpha, gegebenen Grad, in einem Winkel X, gegebenen Bogenmaß. Und dazu teilen wir einfach Alpha durch 180 und multiplizieren mit Pi. Sie können natürlich auch Alpha durch 360 teilen und mit 2 Pi multiplizieren, aber dann kürze ich halt die 360 und die 2 entsprechend einmal zu der 180. Da kommt das her. Also grundlegende Idee, einmal komplett rum, 360 Grad, dann ist der Bogen 2 Pi lang. Gucken wir zum bisschen Verständnis und weil man sich das, weil man sich auch vielleicht so ein bisschen dran gewöhnen muss, einmal den Zusammenhang für bestimmte Winkel, sowohl in Grad als auch in Bogenmaß an. Wenn wir zum Beispiel einen Winkel von 30 Grad haben, dann ist das im Bogenmaß Pi Sechstel. Weil 30 von 180, das ist entsprechend ein Sechstel. 45 Grad ist Pi Viertel. 60 Grad, Pi Drittel. 90 Grad, Pi Halbe. Das wiederum ist sehr leicht einzusehen. Wenn der Gesamtkreis 2 Pi hat, dann ist der Halbkreis natürlich nur 1 Pi und der Viertelkreis entsprechend Pi Halbe. Und so kommt man dann auch schnell auf die entsprechenden 45 Grad als Pi Viertel, beziehungsweise auf die 60 oder 30 Grad. Gucken wir weiter. 180 Grad Pi, hatten wir schon gesehen. 270 Grad sind dann 3 Halbe Pi, weil das ist Pi Halbe plus Pi Halbe plus Pi Halbe, also 3 Halbe Pi. Und einmal komplett rum ist 2 Pi. Mit dieser Idee können wir jetzt, wenn wir den Winkel im Bogenmaß gegeben haben, auch direkt die Definition von Sinus und Cosinus auf die gesamten reellen Zahlen erweitern. Wir nehmen also den Winkel ab jetzt im Bogenmaß an und betrachten das Dreieck, was wir so kennen, aus dem Anfangsbeispiel, jetzt ebenfalls im Einheitskreis. Wenn Sie scharf hingucken, entsteht hier ein rechtwinkliges Dreieck. Wir haben hier den Radius, der hat die Länge 1. Wir haben einen Bogen, eine Bogenlänge, die ist gegeben durch den Winkel. Und dann haben wir hier ein rechtwinkliges Dreieck, was hier entsteht, wobei der rechte Winkel hier an dieser Stelle liegt. Hypotenuse ist also 1 lang und wir erinnern uns, dass wir damit schon in der Lage sind, Sinus und Cosinus zu definieren als Verhältnis eben von Gegenkathete zu Hypotenuse und von Ankathete zu Hypotenuse. Und genau so wollen wir jetzt auch vorgehen. Wir definieren einfach, dass der Sinus der Y-Wert ist, des zum Winkel X gehörenden Punktes auf dem Einheitskreis. Also wir haben so einen Winkel X, der schneidet den Einheitskreis und die Stelle, an der er das tut, hat eine Y-Koordinate. Und dieser Y-Wert, das ist entsprechend der Sinus. Das wollen wir Sinus nennen. Und der X-Wert, den wollen wir Cosinus nennen. Und auf diese Weise können wir Sinus und Cosinus für die gesamten reellen Zahlen definieren. Erstmal auf diesem Beispiel hier beschränkt, da haben wir genau die Situation wie am Anfang. Da funktioniert das wunderbar so für Winkel bis zu maximal, aber nicht einschließlich 90 Grad. Weil wenn der eine Winkel größer wird, wenn wir im Dreieck ja 180 Grad haben, muss der andere entsprechend immer kleiner werden. Also deswegen die normale Definition im Dreieck hat so ein gewisses Ende. Wenn ich das aber hier in diesem Einheitskreis mache mit genau dieser Idee, dann habe ich für alle Winkel zwischen 0 und 90 Grad quasi das, was ich vorher hatte. und habe das dann aber schön erweitert auf ganz R. Der Vorteil ist nämlich, dass das Ganze auch funktioniert, zum Beispiel für Winkel über 180 Grad. Dafür natürlich auch, aber in dem Falle meinte ich Winkel über 90 Grad, weil da Pi halbe steht. Also das hier ist natürlich ein 90. Also der Vorteil ist, auch dafür funktioniert dann die Definition. Weil wenn wir auf Hingucken, hier ist der Winkel jetzt größer, aber trotzdem schneidet irgendwann der Radius natürlich den Einheitskreis bei diesem Winkel. Wir bekommen einen y-Wert und einen x-Wert. Der y-Wert, der Sinus, ist an der Stelle positiv und der Cosinus, der x-Wert, der ist jetzt negativ geworden. Und das Ganze funktioniert auch für negative Winkel. Also wenn wir einen Winkel negativ haben, dann drehen wir einfach in die andere Richtung. Dann drehen wir mit dem Uhrzeigersinn für die negativen Winkel und bekommen auch dann wieder Werte für Sinus und Cosinus raus. Und damit haben wir die Möglichkeit, eben Sinus und Cosinus auf ganz R-Werte zuzuordnen. Und sobald wir Sinus und Cosinus haben, können wir auch den Tangens definieren. Und wir definieren einfach den Tangens als den Quotienten von Sinus x durch Cosinus x und nennen das Ganze dann Tangens x. Mit dieser Definition und Erweiterung, die wir gemacht haben, sieht man auch eine schöne Eigenschaft sofort. Wir hatten am Anfang gesehen, dass es den Satz des Pythagoras gibt. Und der gilt natürlich jetzt für diese Art von Dreieck ganz genauso. So, der Satz des Pythagoras sagt ja, dass die Summe der beiden Kathetenquadrate gleich dem Hypotenusenquadrat ist. Und wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck. Das ist der rechte Winkel. Das ist die Hypotenuse. Die hat die Länge 1. Das heißt, wir wissen an der Stelle, dass gelten muss 1², ist nichts anderes als 1, ist gleich. Und jetzt die entsprechenden Quadrate Sinus Quadrat x plus Cosinus Quadrat x. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Deshalb mache ich da nochmal einen Rahmen drum. Weil diese Beziehung gilt tatsächlich immer. Sinus Quadrat x plus Cosinus Quadrat x ist gleich 1. Noch eine Besonderheit zur Notation. Das mit dem Sinus Quadrat sieht so ein bisschen merkwürdig aus. Das ist eine Standardnotation und bedeutet bei Cosinus ganz entsprechend, Sinus Quadrat x ist eine Kurzschreibweise für Sinus x in Klammern zum Quadrat. Und ganz entsprechend für Cosinus genauso. Cosinus Quadrat x ist die Kurzschreibweise für, Sie bestimmen den Cosinus von x und quadrieren das Ergebnis. Nachdem wir das so definiert haben, können wir die Funktion natürlich entsprechend plotten. Hier haben wir den Graph der Funktion, der Sinus Funktion. Und wir sehen schon schön, der Definitionsbereich ist ganz R. Der Wertebereich, also die Werte, die Sinus und Cosinus annehmen können, hier in dem Fall jetzt Sinus, sind von minus 1 bis 1. Die Sinus Funktion hat Nullstellen. Bei 0 selber hat sie eine Nullstelle. Dann geht es nach oben bis Pi halbe. Bei Pi halbe ist die Sinus Funktion, hat sie den Wert 1. Dann geht es wieder runter und bei Pi hat sie dann entsprechend die nächste Nullstelle. Dann geht es in den negativen Bereich und wieder zurück. Und bei 2 Pi würde die nächste kommen. Das heißt, immer Pi voneinander entfernt sind die Nullstellen der Sinus Funktion. Die Sinus Funktion ist auch symmetrisch und zwar zum Ursprung, wie man hier scharf sieht. Also hier ist ja der Ursprung und sie ist offensichtlich punktsymmetrisch zum Ursprung. Im Vergleich dazu die Eigenschaften der Cosinus Funktion. Die sieht sehr ähnlich aus. Sie ist ebenfalls definiert auf ganz R. Hat auch den Wertebereich zwischen minus 1 und 1, wie man hier sehen kann. Die ist aber verschoben. Und das macht sich dadurch bemerkbar, dass wir beim Sinus, hatten wir bei dem Wert x gleich Null, den Sinus von Null als Null. Und der Cosinus von Null ist aber 1. Das heißt, die Funktion fängt hier an bei 1 und geht dann direkt runter. Und Null wird sie bei Pi halbe. Dann geht sie genau wie Sinus in den negativen Bereich, ist bei minus Pi, hat sie den Wert minus 1, kommt dann wieder hoch. Und hat dann wieder die nächste Nullstelle. Und auch hier sind die Nullstellen immer Pi voneinander entfernt. Und das schreiben wir jetzt so auf. Das ist also k mal Pi, Vielfaches von Pi, aber immer um Pi halbe verschoben. Also bei Pi halbe ist einer, bei Pi halbe plus Pi, was dann 3 halbe Pi ist, ist wieder eine und so weiter. Wichtige Werte zu merken. Cosinus von Null ist 1 und Cosinus von Pi halbe ist 0. Und die Symmetrie an der Stelle ist zur x-Achse. Also diese Funktion ist symmetrisch zur x-Achse. Was man auch hier gut sehen kann, denke ich. Betrachten wir zum Abschluss nochmal den Graph der Tangensfunktion. Der ist hier dargestellt. Das Erste, was wir sehen, ist, dass es hier jetzt tatsächlich Definitionslücken gibt. An diesen Stellen hier, bei Pi halbe zum Beispiel, ist der Tangens nicht definiert. Woran liegt das? Wir hatten ja definiert Tangens x als Sinus x durch Cosinus x. Das schreibe ich nochmal auf. Wir hatten gesagt, Tangens von x ist gleich Sinus x durch Cosinus x. Und die Cosinus-Funktion hat ja Nullstellen. Wir dürfen aber nicht durch Null teilen. Das heißt, immer dann, wenn die Cosinus-Funktion 0 wird, ist die Tangens-Funktion undefiniert. Und das sind eben genau die Nullstellen des Cosinus. Und wie wir eben gesehen haben, liegen die immer an den Stellen k mal Pi plus Pi halbe. Also hier, dann hier wieder und so weiter. Hier natürlich auch im Negativen. Und für all die ist er nicht definiert, der Tangens. Und für alle anderen schon. Der Wertebereich ist ebenfalls völlig anders als bei Sinus und Cosinus. Wie man hier auch schön sehen kann, ist der Wertebereich tatsächlich ganz R. Ja, das heißt, die Tangens-Funktion nimmt auf dem Intervall von minus Pi halbe bis plus Pi halbe wirklich alle reellen Zahlen an. Wichtiger Wert, an den man denken sollte, ist, dass Tangens von 0 0 ist. Das liegt einfach daran, weil der Zähler an der Stelle 0 ist, nämlich die Sinus-Funktion. Also Tangens erbt die Nullstellen natürlich von der Sinus-Funktion, weil so ein Bruch genau dann 0 ist, wenn der Zähler 0 ist, aber der Nenner nicht. Zähler und Nenner können sowieso nicht gleichzeitig 0 sein, weil Sinus und Cosinus keine gemeinsamen Nullstellen haben. Das heißt, der Tangens ist immer dann 0, wenn der Sinus 0 ist. Und das ist auch das, was hier steht. Und die Symmetrie, die ist ebenfalls wie beim Sinus, nämlich punktsymmetrisch zum Ursprung. Und das waren auch schon die ersten grundlegenden Eigenschaften und Definitionen zu den trigonometrischen Funktionen.